eine Leitfaden zur Selbstreflexion. Wer Marathons durchläuft, eine neue Sprache erlernt oder Gewichte stemmt, erkennt bereits, Meisterschaft entsteht durch Übung. Das Gleiche trifft auf das Glück zu, es ist eine Fertigkeit, die geübt werden kann. Aber wie genau funktioniert das? Ganz unkompliziert, du musst nur lernen, dir die passenden Fragen zu stellen, darfst vor einer tiefgründigen, aufrichtigen Konversation mit dir selbst nicht zurückschrecken und solltest mit einem optimistischen Blick auf die Welt schauen. Nur so, magst du einwenden? Keine Sorge, wir werden dich Schritt für Schritt auf diesem Pfad begleiten. Du bist sicherlich mit dem Sprichwort vertraut, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Also, los geht's, lass uns gemeinsam an der Schmiedekunst deines Glücks arbeiten. In den Abschnitten über, meine Reise zu meinem Inneren, werden wir dir aufzeigen, wie du deine Achtsamkeit schärfen und stresseffektiver bewältigen kannst. Zusätzlich wirst du lernen, schädliche Gewohnheiten abzulegen und förderliche Routinen zu etablieren. Dadurch wirst du auch an Selbstvertrauen gewinnen, ganz einfach, weil du ein besseres Verständnis über deine eigene Identität gewinnst. Darüber hinaus wirst du erkennen, welche Lehren du aus einem Krimi für die Suche nach Sinn ziehen kannst, warum Fehler eine wichtige Rolle spielen und weshalb du bereits definitiv als Sieger hervorgegangen bist. Eine Leitfaden zur Selbstreflexion. Wer Marathons durchläuft, eine neue Sprache erlernt oder Gewichte stemmt, erkennt bereits, Meisterschaft entsteht durch Übung. Das Gleiche trifft auf das Glück zu, es ist eine Fertigkeit, die geübt werden kann. Aber wie genau funktioniert das? Ganz unkompliziert, du musst nur lernen, dir die passenden Fragen zu stellen, darfst vor einer tiefgründigen, aufrichtigen Konversation mit dir selbst nicht zurückschrecken und solltest mit einem optimistischen Blick auf die Welt schauen. Nur so, magst du einwenden? Keine Sorge, wir werden dich Schritt für Schritt auf diesem Pfad begleiten. Du bist sicherlich mit dem Sprichwort vertraut, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Also, los geht's, lass uns gemeinsam an der Schmiedekunst deines Glücks arbeiten. In den Abschnitten über, meine Reise zu meinem Inneren, werden wir dir aufzeigen, wie du deine Achtsamkeit schärfen und stresseffektiver bewältigen kannst. Zusätzlich wirst du lernen, schädliche Gewohnheiten abzulegen und förderliche Routinen zu etablieren. Dadurch wirst du auch an Selbstvertrauen gewinnen, ganz einfach, weil du ein besseres Verständnis über deine eigene Identität gewinnst. Darüber hinaus wirst du erkennen, welche Lehren du aus einem Krimi für die Suche nach Sinn ziehen kannst. Warum Fehler eine wichtige Rolle spielen und weshalb du bereits definitiv als Sieger hervorgegangen bist. Die Suche nach Bedeutung, welche Antriebskraft lenkt dich? Wir sind mit dieser Vorstellung aus Krimis vertraut, jeder Mord hat ein Motiv. War es Gier, verletzte Ehre, Rache oder Wut? Genauso verhält es sich mit unserem, hoffentlich, harmloseren Verhalten, hinter jeder Handlung verbirgt sich ein Motiv. In Krimis forschen wir danach, doch im wirklichen Leben vernachlässigen wir das oft. Doch was ist die Ursache unseres Handelns? Welche Kraft spornt uns an? Ohne diese Erkenntnis können wir unser Leben nicht aktiv gestalten, wir agieren nur reaktiv. Daher solltest du dich selbst fragen, was treibt mich an? Diese Frage führt dich direkt zur Herzfrage der Sinnfindung, warum bin ich hier? Warum hat das, was ich tue, Bedeutung? Vielleicht hast du bereits bemerkt, solche Fragen nach Sinn sind gleichzeitig Fragen nach Zielen. Ohne Lebensziele empfinden wir keinen Sinn, keine Motivation und kein Glück, wir würden nicht aufstehen, arbeiten gehen oder auch nur den Finger rühren. Beginne daher, über deine Ziele nachzudenken. Formuliere sie nicht nur allgemein, sondern überlege auch präzise, was du durch diese Überlegungen für dich erreichen möchtest. Willst du Gelassenheit erlangen? Ängste überwinden? Leichter und freudvoller werden? Habe hier den Mut, wahrhaftig zu träumen. Denn deine Vorstellungen haben transformative Kraft. Du kannst das in kleinem Maßstab ausprobieren, indem du dich an einem heißen Tag gedanklich zu den Pinguinen in der Antarktis begibst. Es ist ein Trick, der tatsächlich Erfrischung bringt. Gleiches gilt für deine Träume. Das Eintauchen in deine Wunschvorstellungen bewirkt die Ausschüttung von Glückshormonen. Wenn du deine Vorstellungskraft trainierst, bereichert dies dein Leben. Lass uns am besten gleich beginnen. Stelle dir vor, du wanderst durch die Wüste. Flirrende Hitze, heißer Sand und die gnadenlos strahlende Sonne. Plötzlich entdeckst du etwas im Sand funkeln. Es ist eine Zauberlampe. Du hebst sie auf, beginnst, sie vorsichtig zu reiben, und siehe da, Rauch steigt auf und ein Geist erscheint. Du hast drei Wünsche frei, verkündet er. Wähle mit Bedacht. Was würdest du dir in diesem Moment am meisten wünschen? Wie sähe dein perfektes Leben aus? Trau dich und träume. Merke, nur indem du deine Ziele erkennst, kannst du ihnen näher kommen. Nun solltest du hoffentlich klarer sehen, was du dir wünschst. Wie du den Pfad zu deinen Zielen planst, erfährst du im nächsten Abschnitt. Deine Zielerreichung, welcher Plan passt zu dir? Träume und Fantasieausflüge sind wirksame Mittel, um dir deiner Ziele und Wünsche bewusst zu werden. Dennoch genügt allein das nicht. Der Pfad zu deinen Zielen besteht aus folgenden Schritten. Zielsetzung, Aktionsplanung, Umsetzung, Überprüfung, Anpassung, erneute Überprüfung, erneute Anpassung und so weiter. Entscheidend für einen erfolgreichen Start ist, dass du deine Ziele klug definierst, klug im Sinne von K wie konkret, M wie messbar, A wie attraktiv, R wie realistisch und T wie terminiert, also zeitlich festgelegt. Das bedeutet, deine Träume müssen in handfeste und messbare Handlungen umgewandelt werden. Wenn dein Wunsch darin besteht, entspannter zu sein, dann solltest du überlegen, was dich entspannt. Ist es ein heißes Bad, ein Treffen mit Freunden oder ein Spaziergang am Fluss? Richte dementsprechend einen Aktionsplan ein. Deine Strategie könnte beispielsweise darin bestehen, feste Wochentage für das heiße Bad und den Spaziergang festzulegen. Lassen wir uns ein weiteres Beispiel ansehen. Du möchtest dich weniger einsam fühlen. Stelle dir entsprechend die Frage, was du tun kannst, um das zu erreichen. Möchtest du alte Schulfreunde kontaktieren, mehr soziale Aktivitäten unternehmen, einem Verein beitreten oder mit Arbeitskollegen ins Gespräch kommen? Dein Plan könnte darauf hinauslaufen, dass du dir drei Vereine aussuchst, um daran teilzunehmen, dann einen Abend für Anrufe bei alten Freunden reservierst oder zweimal im Monat auswärts gehst, um neue Bekanntschaften zu schließen. Und dann gib dir Zeit. Du wirst nicht von heute auf morgen plötzlich keine Wutanfälle mehr haben oder ein gesundes Leben führen, nur weil das dein Ziel ist. Es gibt eine Übung, mit der du dein Vertrauen in deine Fähigkeit zur Veränderung stärken kannst, sie nennt sich der perfekte Tag. Denke genau darüber nach, wie dein idealer Alltag aussehen würde. Ganz gleich, ob es um Sport, gesunde Ernährung, regelmäßiges Aufstehen oder Meditation vor dem Schlafengehen geht, verpflichte dich, deine Vorhaben konsequent umzusetzen. Um dich nicht zu überfordern, reicht es, dies nur einmal in der Woche zu tun. Danach reflektiere, wie fühlst du dich am Ende deines perfekten Tages, welche Rückmeldung geben Körper und Geist? Das bedeutet also, wähle klare, realistische und messbare Ziele und fange an. An deinem perfekten Tag tust du Dinge, die deinem Wohlbefinden dienen und Freude bereiten. Wie du deine Aufmerksamkeit auf das Positive im Leben lenken kannst, das ist das Thema des nächsten Abschnitts. Deine Wahrnehmung, erkennst du das Glück? Eine 50-jährige Geschäftsfrau sehnt sich plötzlich nach einem romantischen Abenteuer. Ein Student strebt nach dem idealen Job, der die Welt verbessern kann. Ein anderer Mensch möchte endlich innehalten und die Seele baumeln lassen. Unsere Wünsche sind vielfältig und Lebenskrisen können solche Wünsche aufwerfen. Trotz all unserer Träumereien sollten wir nie vergessen, dass das, was wir wahrnehmen, nicht immer der tatsächlichen Realität entspricht. Du kennst das vielleicht, wenn du hungrig bist, fallen dir plötzlich überall Restaurants auf. Suchst du nach einem Auto, bemerkst du an jeder Ecke Automodelle, die dich interessieren könnten. Und wenn du auf der Suche nach einer Partnerschaft bist, siehst du überall verliebte Paare. Unsere Wahrnehmung ist selektiv und wird durch unsere individuelle Beobachtung und Einschätzung geformt. Lebenskrisen beinhalten oft auch Wahrnehmungskrisen. Daher müssen wir lernen, unsere Wahrnehmung kritisch zu hinterfragen und bewusst unseren Fokus zu ändern. Dies ist möglich, denn das, was für uns wahr ist, basiert auf dem, was wir wahrnehmen. Wenn wir uns hauptsächlich auf Probleme konzentrieren, werden sie zur Realität unseres Lebens. Wir sehen nur noch das, was nicht reibungslos verläuft und uns niederzieht. Wenn wir jedoch vermehrt die positiven Aspekte unseres Lebens beachten, öffnen wir die Tür für das Glück. Das Erleben von Glück und Glücklichsein beginnt in unserem Denken. Folgst du Glaubenssätzen wie Ich bin nicht fleißig, das Leben ist ungerecht oder Niemand mag mich, dann wirst du immer wieder Situationen wahrnehmen, die diese Überzeugungen bestätigen, da du eher Dinge bemerkst, die zu diesen Vorstellungen passen. Erweitere daher deinen Blick und frage dich, was du sehen würdest, wenn du deinen Fokus auf das Positive lenken würdest. Lass uns nun eine Übung zur Wahrnehmung machen, den Uhrentest. Trägst du eine Uhr am Handgelenk? Wenn ja, kannst du das Design aus dem Gedächtnis beschreiben? Sobald du das getan hast, schaue sie dir direkt an. Versuche dabei, all die kleinen, besonderen Details des Designs wahrzunehmen. Wie ist das Armband gestaltet? Wie das Ziffernblatt? Wie der Verschluss? Wir wetten, du wirst ganz neue Facetten an deiner Uhr entdecken. Nun wende deinen Blick ab und versuche dich an die genaue Uhrzeit zu erinnern. Nicht so einfach, oder? Was lernen wir daraus? Du solltest bewusst deinen Fokus auf die positiven Aspekte des Lebens lenken. Die Steuerung deiner Gedanken wird dir auch dabei helfen, Ängsten besser zu begegnen. Wie das funktioniert, erfährst du im nächsten Abschnitt. Stress und Ängste. Welche Befürchtungen hegst du? Stell dir vor, es ist ein angenehmer Sommerabend. Du bist allein zu Hause, sitzt noch auf der Terrasse und telefonierst mit einer Freundin. Sie berichtet dir von einem Einbruch bei ihr. Später legst du dich schlafen. Doch während du einschlummerst, hörst du seltsame Geräusche. Könnten es Einbrecher sein? Erst als du aufmerksam lauschst, erkennst du erleichtert, es ist die Katze des Nachbarn, die auf der Terrasse herumtollt. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass es oft nicht die objektive Situation ist, die Stress oder Angst hervorruft, sondern unsere Interpretation der Situation. Angst und Stress zeigen sich nicht nur in ähnlichen körperlichen Symptomen, erweiterte Pupillen, Herzrasen, Schwitzen, sondern entstehen auch aufgrund einer zukunftsgerichteten Vorstellung. Diese Vorstellung ist nicht immer real. Zweifellos sind Angst und Stress angeborene biologische Reaktionen, die in gewissen Situationen überlebenswichtig sein können. Jedoch ist die empfundene Bedrohung in der heutigen Gesellschaft oft eingebildet. Sie entspringt einem Fehlalarm, der uns unnötig Energie und Nerven raubt, da wir uns nicht mehr vor Säbelzahntigern verteidigen müssen. Im Umgang mit Stress ergab die Forschung eines US-amerikanischen Teams, dass die Einstellung eine große Rolle spielt. Einer Gruppe von Probanden wurde gesagt, sie sollten unter extremem Stressaufgaben so schnell wie möglich erledigen. Eine zweite Gruppe erhielt die gleiche Anweisung, jedoch wurde hinzugefügt, dass Stress ihre Fähigkeit zur Lösungsfindung positiv beeinflussen könne. Die Gruppe, die glaubte, positivem Stress ausgesetzt zu sein, bewältigte die Aufgaben um 80% schneller und doppelt so oft korrekt. Wie gehst du nun mit den Ängsten und Besorgnissen in deinem Kopf Um deine Wahrnehmung gezielt zu beeinflussen, kannst du dir einige Ablenkungsstrategien zurechtlegen. Wenn negative Gedanken überhand nehmen, könntest du es mit Pfeifen, Singen oder Zeichnen versuchen. Eventuell helfen dir auch körperliche Übungen, ein bestimmter Duft oder das Vorstellen deines persönlichen Rückzugsortes. Eine weitere Übung, die in Momenten der Angst hilfreich sein kann, ist das Grounding oder Erden. Hierbei richtest du deine Aufmerksamkeit auf deine Sinne und längst sie somit von deinen Ängsten ab. Suche fünf Dinge, die du sehen kannst, vier Dinge, die du spüren kannst, drei Dinge, die du hörst, zwei Dinge, die du riechst und einen Geschmack. Kurz gesagt, Angst entsteht im Geist, aber durch die Arbeit an deiner Wahrnehmung kannst du dich davon ablenken. Doch nachhaltige Veränderung wirst du nur erreichen, wenn du dein Gehirn wirklich umprogrammierst. Wie das funktioniert, wirst du nun lernen. Neue Routinen, was soll anders werden? Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie formen deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt dein Schicksal. Dieses Sprichwort ist in zahlreichen Variationen bekannt. Trotz der verschiedenen Formulierungen betont es stets die Verbindung zwischen unseren Gedanken und unserem Lebensweg. Was wir denken, beeinflusst unser gesamtes Leben. Hierbei spielen Gewohnheiten eine zentrale Rolle. Sie sind mentale Abkürzungen, da sie internalierte Handlungen sind, die wir ohne großes Nachdenken ausführen. Gewohnheiten spiegeln unsere Identität wieder. Wenn du täglich Sport treibst, identifizierst du dich als sportlich. Wenn du regelmäßig aufräumst, siehst du dich als ordentliche Person. Wenn du regelmäßig rauchst, identifizierst du dich als Raucher. Wie kannst du nun deine Gewohnheiten ändern? Der erste Schritt ist die Reflexion. Du könntest dich fragen, welche Art von Person mit welchen Gewohnheiten möchte ich sein? Selbst winzige Veränderungen machen einen Unterschied. Wenn du nur ein Prozent deines Alltags täglich veränderst, gestaltest du bald ein anderes Leben. Unabhängig davon, welches Verhalten du verändern möchtest, erfordert es eine Umprogrammierung deiner Gedanken. Dafür ist Akzeptanz notwendig. Angenommen, du fühlst dich oft einsam, dann gestehe dir das ein und akzeptiere es. Als nächsten Schritt verlagere deinen Fokus. Frage dich, muss ich mich so fühlen? Hilft mir das weiter? Wenn du beispielsweise einsam bist, weil dein Partner weit entfernt ist, kannst du deine Perspektive ändern. Du könntest dann denken, ich bin dankbar dafür, jemanden in meinem Leben zu haben, den ich vermissen kann, statt ich bin traurig, weil ich diese Person vermisse. Als Übung kann es hilfreich sein, gelegentlich zum Beobachter deines eigenen Lebens zu werden. Wenn wir unsere Gedanken und Handlungen laut aussprechen, werden unbewusste Muster offensichtlich. Beschreibe daher, was du gerade tust, was du siehst und was in dir vorgeht. Das könnte etwa so klingen, obwohl ich lieber im Bett bleiben würde, gehe ich jetzt ins Bad und ziehe mich an. Ich habe beschlossen, früher aufzustehen. Wenn du an einer Bäckerei vorbeigehst, könntest du denken, ich hätte jetzt Lust auf das Schoko-Croissant, aber ich verzichte, um abzunehmen. Erinnere dich daran, wenn du Veränderungen anstrebst, reflektiere deine Gewohnheiten. Vergiss dabei jedoch nicht, dich selbst für dein neues Verhalten zu belohnen. Dein Selbstkonzept. Wie definierst du dich? Unsere innere Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie wir uns selbst wahrnehmen. Negative Glaubenssätze wie ich bin nicht sportlich, ich habe keinen Sinn für Humor oder ich benötige viel Zeit, um Neues zu lernen, wirken blockierend. Diese Überzeugungen sind so fest in uns verankert, dass wir sie für bare Münze nehmen. Der Satz so bin ich eben kann jede Möglichkeit zur Veränderung abwürgen. Überlege, welche Glaubenssätze dir tatsächlich helfen würden, die Person zu werden, die du anstrebst. Wenn du beispielsweise lernen möchtest, Kritik konstruktiv anzunehmen, könntest du einen positiven Glaubenssatz formulieren, wie, Kritik bietet mir Chancen zur Weiterentwicklung. Wenn dein Ziel ist, Gewicht zu verlieren, könnte ein positiver Glaubenssatz lauten, ich verhalte mich wie eine gesunde und schlanke Person. Erstelle fünf bis zehn solcher positiven Glaubenssätze, die deine Ziele unterstützen. Schreibe sie auf und lies sie mindestens einmal täglich. Dadurch verankern sie sich in deinem Unterbewusstsein. Zusätzlich kannst du lernen, in deinen Schwächen auch Stärken zu erkennen. Positives Denken ist hierbei essenziel, fühlst du dich manchmal träge, erinnere dich daran, dass du auch die Fähigkeit besitzt, dem allgegenwärtigen Druck nach Höchstleistung zu widerstehen. Falls du als zu naiv empfunden wirst, bedenke, dass du gleichzeitig die Fähigkeit hast, stets an das Gute in anderen Menschen zu glauben. Kurz gesagt, wer sucht, der findet. Betone die positiven Aspekte deines Charakters Während wir meistens die Fehler und Schwächen anderer Menschen mit Toleranz betrachten, verzeihen wir uns selbst oft weniger leicht. Dennoch ist eine positive Lebenseinstellung hilfreich, wenn wir uns selbst im Dialog liebevoll und wertschätzend behandeln. Wir sollten mit uns ebenso sprechen, wie es ein guter Freund tun würde. Übrigens, Freunde können bei der nächsten Übung von Nutzen sein. Wenn wir unser Selbstbild mit der Wahrnehmung anderer abgleichen, gewinnen wir Einsicht in uns und unsere verborgenen Schwachstellen. Bitte fünf Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen um Unterstützung. Du könntest ihnen frankierte Postkarten schenken und sie bitten, anonym deine positiven und negativen Charaktereigenschaften darauf zu notieren. Jeder Befragte sieht verschiedene Facetten in dir. Du wirst erstaunt sein, was du über dich erfahren wirst. Eine einfache Regel gilt, wandle Schwächen in Stärken um und vertraue auf das Gute in dir. Lerne also, dich selbst zu schätzen, dann wirst du Veränderungen mit Leichtigkeit meistern. Doch wie gehst du mit Rückschlägen um? Dies erfährst du gleich. Rückschläge, was kannst du aus ihnen lernen? Abraham Lincoln verkraftete zwei Firmenpleiten, sechs Wahlniederlagen und einen Nervenzusammenbruch, bevor er US-amerikanischer Präsident wurde. Und der Trickfilmproduzent Walt Disney ging ebenfalls erstmal pleite, bevor ihm der große Durchbruch gelang. Du merkst, es gibt kaum eine Biografie ohne Rückschläge. Sie gehören zum Leben dazu und sind normal. Mehr noch, sie helfen uns beim Lernen. Denk nur an ein Krabbelkind, das seine ersten Laufversuche startet. Immer wieder fällt es hin, aber es gibt nicht auf und lernt mit jedem Fall dazu. Die Frage ist also nicht, wie du Rückschläge vermeiden kannst, sondern wie du mit ihnen richtig umgehst. Die Angst vor Fehlern geht häufig auf soziale Phobien zurück. Sei es nun die panische Angst vor Prüfungen, die Angst, vor großem Publikum zu sprechen oder die Angst, in der Öffentlichkeit negativ aufzufallen. Hier gibt es nur einen Ausweg und der führt durch die Angst hindurch. Ziel ist es, sich zu beweisen, dass all die Horrorvorstellungen, die in unserem Kopf herumschwirren, maßlos übertrieben sind. Diese Technik nennt man Entkatastrophisierung. Dabei denkst du in einem inneren Dialog deine Vorhersagen weiter. Das hört sich dann in etwa so an. Du sagst dir, ich habe Angst, beim Vortrag einen schlechten Eindruck zu hinterlassen. Anschließend fragst du dich selbst, was wäre denn die allerschlimmste Befürchtung, die eintreffen könnte. Du weißt, was dein Problem ist, und sagst, ich könnte ins Stottern geraten, den Text vergessen oder sogar anfangen zu weinen. Und erwiderst wiederum, was wäre, wenn das wirklich passiert. Dann würde ich nur stumm dastehen oder abbrechen. Wäre das lebensbedrohlich oder tut das weh? Nein. Kannst du wissen, ob das passiert? Nein. Wie kann die Situation positiv ausgehen? Ich halte meine Präsentation und habe sogar Spaß dabei. Hilfreich kann es auch sein, ganz bewusst Fehler zu machen. Durch die Absicht verlieren diese dann nämlich ihre Bedeutung. Eine Übung dazu, lerne, Fehler und die missgünstigen Blicke anderer auszuhalten, indem du dich ihnen absichtlich in den Weg stellst. Lies zum Beispiel mitten auf dem Bürgersteig ein Buch, mit der Zeit wird sich das unangenehme Gefühl in Gleichgültigkeit auflösen. Oder gehe einkaufen. Und wenn dann alles auf dem Band liegt, musst du der Verkäuferin und der Schlange hinter dir erklären, dass du leider deine Geldbörse vergessen hast. Denk also daran, wir können Fehler nicht vermeiden, aber den richtigen Umgang mit ihnen lernen. Je mehr Fehler du machst, desto mehr lernst du auch. Und ist es wirklich wichtig, was Fremde denken? Lebensgenuss – Wie findest du die rechte Ausgeglichenheit? Im letzten Abschnitt unserer kurzen Reise der Selbstreflexion werfen wir einen Blick darauf, was Lebensgenuss bedeutet. Diese Vorstellung ist nicht immer leicht zu fassen. Wenn du zehn Menschen nach ihrer Auffassung von Lebensgenuss fragst, wirst du zehn verschiedene Antworten erhalten. Dennoch misst die Weltgesundheitsorganisation, WHO, Lebensgenuss anhand von sechs Dimensionen. Darunter fallen erstens das körperliche, zweitens das emotionale Wohlbefinden. Ebenso eine Dimension ist die Autonomie, viertens kommen zwischenmenschliche Beziehungen ins Spiel, gefolgt von den Lebensbedingungen und schließlich der Sinnhaftigkeit. Denke an diese sechs Dimensionen wie die Säulen deiner Zufriedenheit. Sie müssen alle stabil sein, damit du im Gleichgewicht bleibst. Wenn es an körperlichem Wohlbefinden mangelt, können selbst angenehme Lebensumstände und gute zwischenmenschliche Beziehungen nicht ausreichend für deine Lebensqualität sorgen. Gehe daher bei den einzelnen Dimensionen auf die zugehörigen Faktoren ein. Bezogen auf das körperliche Wohlbefinden könntest du Aspekte wie Schlafqualität, Vitalität oder Ernährung betrachten. Überlege ebenso, wie erfüllt du von Freundschaften, Partnerschaften und deinem sozialen Leben bist, um Einblick in die Dimension der zwischenmenschlichen Beziehungen zu erhalten. Eine Überbetonung einer Dimension geht oft auf Kosten einer anderen. Wenn du zum Beispiel zu stark auf deine Beziehung fokussiert bist, kann dies zulasten deiner Autonomie gehen. Diese Dimension wird oft unterschätzt. Wenn Menschen gefragt werden, ob sie autonom handeln, antworten sie oft ja. Doch überlege genau, ob das wirklich der Fall ist. Oft lassen wir uns von unserer Vergangenheit, von sozialen Normen und äußeren Einflüssen lenken und tun Dinge, die von uns erwartet werden. Dies kann zu Ängsten und Stress führen. Wir beschäftigen uns zu selten mit der Frage, was uns Freude bereitet. Überlege daher, was entspannt dich? Was zaubert dir ein Lächeln aufs Gesicht? Was bringt dich zum Schmunzeln? Was inspiriert dich? Glücklich zu sein ist keine Laune des Schicksals, sondern erfordert Übung. Und das Schöne daran? Glück multipliziert sich, wenn man es teilt. Aus diesem Grund lautet unsere letzte Aufgabe an dich, überlege, wie du Freude verschenken kannst. Setze dir zum Beispiel das Ziel, täglich ein aufrichtiges Kompliment zu machen oder einmal pro Woche deine Hilfe anzubieten. Du wirst feststellen, dass nicht nur dein Gegenüber dadurch glücklich wird. Um es auf den Punkt zu bringen, dein Lebensgenuss hängt von einer harmonischen Balance ab und davon, wie gut du in der Lage bist, Freude zu erkennen und zu teilen. Nun hast du zahlreiche Ratschläge und Inspirationen erhalten, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Viel Vergnügen dabei! Lass uns zum Abschluss noch einmal auf deine Reise zurückblicken. Du hast gründlich erforscht, was dich motiviert, Freude bereitet und optimistisch in die Zukunft schauen lässt. Wenn du an deine Fähigkeiten glaubst, wird diese Zuversicht auch ausstrahlen und dich in einen aufwärts führenden Kreislauf des Glücks bringen. All das, nur weil du dich ausführlich damit auseinandergesetzt hast, wer du wirklich bist. Betrachte fortan dein Leben als eine Erfolgsgeschichte. Schon zu Beginn warst du der Champion. Deine Entschlossenheit und Leistungsfähigkeit haben dich zum Besten von 10.000 gemacht, du warst das schnellste Spermium. Erweitern wir diesen Gedanken bis ans Ende deiner Tage, schreibe deine eigene Nachrufrede. Nein, das ist weder ein Scherz noch eine traurige Vorstellung. Tatsächlich wirst du grundlegende Erkenntnisse über deine Wünsche gewinnen, wenn du deine Nachrufrede verfasst. Welchen Sinn hattest du deinem Leben gegeben? Hattest du nach deinen eigenen Vorstellungen gelebt und geliebt? Was war dir von Bedeutung und welches Erbe möchtest du hinterlassen? Die Antworten auf diese Fragen weisen dir den Weg für ein hoffentlich weiterhin langes und erfülltes Leben.